Wahr, wahr, wahr Yo, yo, yo everybody, es ist your boy again, ShadyShadyWad and only here today, guys, we are back again We are back with more satire songs, this should be song 6 So without saying too much, guys, I'm gonna get this one started, okay You guys said to me, you like this, okay, let's check it out some more And I'm not gonna lie, they've been so very entertaining, okay Like a lot of times, I find them funny, and I'm about to laugh And then the reality of the whole issue hits me, and I choke up a bit But I still laugh, and I... Anyway guys, without saying too much, let's get this one started But I'm not gonna lie, guys, we can smash like this, if I can give them some love, let's enjoy this one Okay, let's do this Yeah, it has no impact You know what, yeah, to be honest, yeah This war last year made me realise How much the world depends on Russia I think the world depends on China But realise how much the world depends on Russia Okay, so, so, so very much That is so crazy Yeah, like sometimes we never get to know things until extreme things that happen True, true Wait, wait, wait They've featured Willy Wonka and the Chocolate Factory Willy Wonka and the Gas Factory Am Stock Ga, ga, Gasputin führt Krieg und wir bezahlen ihn Das haben wir uns selbst eingebrockt Der Rubel Haben wir uns selbst eingebrockt Der Rubel, der muss rollen, hat sich der Gasbrom nie gedacht Warum haben wir uns bloß so abhängig gemacht? Ga, ga, Gasputin, die Heizung läuft nicht ohne ihn An dem haben wir uns die Puten verbrannt Ga, ga, Gasputin Besser wäre es ohne ihn Er fährt den Laden komplett an die Wand Er fährt den Laden Actually, Putin Is a very active president He's always involved in many things Like he's always He has this public portrayal of himself He always goes out to show like his strength Okay, like I'm not saying it's wrong I'm not saying it's good I'm just saying like he's always in the public eye He makes, he ensures that he engages in stuff To show that I'm a president, I'm a leader I still do stuff I'm a man, I show my manliness Okay But to be honest The whole world depends so much on Russia Like last year I found out Yeah, when the war started And prices just sold Like gas prices went high They were trained sanctions on Russia Sanctions for sanctions for sanctions And Russians just laughing like Listen Your sanctions are working You depend on us You depend on us You depend on us Let's just find an amicable way of sorting this out But you can't victimize us Yo The state of the world Okay Okay Let's check out some Christine Lambrecht Hey Wait, 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 wait She said If you were easy Others would do it Ah Ah Good choice of song Christine Vor der Turbine Führt Luftwaffe her Und Marine Gute Tarnung Schlechte Planung Wenig Ahnung Und Null Bock Sie stapft In jeden Fettnapf Munition nicht geordert Überfordert Christine Macht gute Miene Zum schlechten Spiele Und alle hacken voll rum Aus Landreich Christine Lambrecht Sie persönlich Wait, 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 wait I'm loving the song Forget the lyrics The song is nice Like The beat just makes you wanna move So, Christina Lambre, Christina Lambre, Christina Lambre, Christina Lambre, Christina Lambre, Christina Lambre. So, ihr persönlich, also, ihr persönlich, wer muss sich nochmal und wieder rechtfertigen? Auch die Zulassung der Jets nach EU-Standards ist fraglich und es könnte teurer werden. Sie sagt, der Gepard ist kein Panzer. Sie lacht sogar der Kanzler. Skorpione im Wüsten-Sand. Doch sie hat kein festes Schuhwerk. Warte. Sie ging... Sie sagt mir, sie ging in diesem Terrain? Mit High-Hills wie das? Wie, wo sind deine Schuhe? Du musst die properen Attire tragen. Das ist eine Wahnsinn, man. Ich weiß nicht. Sie sagt, sie hat keine Ahnung über die Militärin. Sie schiefst. Oh mein Gott, lass uns das zurück. Warte, ich muss das zurücknehmen. Sie sagt, der Gepard ist kein Tank. Also, wenn es kein Tank ist, was ist es? Es ist ein Tier in der Wald, das schnell läuft. Ein Panzer? Da lacht sogar der Kanzler. Skorpione im Wüsten-Sand. Okay. Doch sie hat kein festes Schuhwerk an. Lambrecht, Christine Lambrecht. Militär ist nicht ihr Bier und sie kann's nicht. Oder nur ganz schlecht. Christine Lambrecht. Läuft er noch mehr schießt, dann ist sie ganz weg. Ach, Frau Ministerin. Wenn sie zu großheitlich entlassen werden, wollen sie dann einen großen Zapfenstreich mit Marienikapelle oder reicht da einen Kadettenrekorder. Das ist egal. Hauptsache, ich höre Roland Kaiser. Wer ist Roland Kaiser? Roland Kaiser. Schlager. Sie hört auf Schlager-Musik. Das ist das was er bedeutet. Ich bin erinnert, bin ich mir auf ein Video über Christian Lambrecht. Ich glaube, sie... sie- Sie haben ein bisschen Angst, aber sie hat die Post. Ja, die Cheetah, als sie auf die News kam, habe ich auch gehört. Und wie sie sagt sie, ihre Familie, auf der öffentliche Helikopter. Ist das ein Helikopter? Ja, die Helikopter der Regierung benutzen sie sich. Ich weiß nicht, aber ich habe etwas wie das. Aber für mich, die Tune der Song hat mich schon lacht. Ich habe schon gesehen, dass sie schon lacht. Es ist so lacht. Es ist so lacht. Es ist so lacht. Es ist so lacht. Für mich, ich habe immer gesehen, Deutschland als ein Land, die nie machte Fehler, oder machte 1% Fehler, 99% effizienz, vielleicht 1% Fehler, aber ich habe gesehen, aber ich habe gesehen, was in Deutschland passiert. Ich habe gesagt, ist das Deutschland, die wir wissen? Ist das Deutschland, die ich gehört habe, seit ich als Kindheit bin? Okay. Okay. Nicht gesagt. Nicht gesagt. Wir werden die Nummer 1 checken. Cannabis, Wohl und Sie. Okay. 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 Und dann sagen wir, dass wir auf dem Speed Limit haben. Nein. Wenn wir in der Autobahn sind. Kein Speed Limit. Nein. Schuldenbremse bleibt dabei. Doch Cannabis, das wollen Sie alle drei. Früher aus der Kohle raus, das ist schön. Das ist nice. Aber auch die Steuern nicht erhöhen. Ganz Deutschland digitalisieren. Wie wollt ihr das finanzieren? Sag ich nicht. Es gibt noch keine Haushaltsplanung und auch keine mittelfristige Finanzplanung. Ja, wir brauchen Milliarden. Oh nein, bitte nicht. Es ist wie ein Schambl, ein Zuschauerin klickte hier. Wenn ich ehrlich bin, manchmal, wenn ich all diese Drogen über Deutschland sehe, dann finde ich es sehr schwer zu glauben. Ja, denn in meinem Gedanken, ja, es ist schon in meinem Gedanken, dass die Deutschland einfach... gerade da, okay? Also, wenn ich diese Dinge sehe, dann finde ich es sehr schwer zu glauben. Ich habe es ausgedacht, aber... Ich habe es gesagt, ich habe es nicht geglaubt. Wie ist das wie Deutschland ist? Deutschland ist immer noch die Macht in Europa. Sie sind sehr Macht. Die Dinge aus Deutschland sind einfach großartig. Wie die Hunde in Deutschland. Alles in Deutschland, für mich ist einfach, wenn du siehst, dann nicht sie. Sie sind einfach großartig. Ich denke, ihre Arbeit ist verrückt. Alles über Deutschland ist einfach großartig, okay? Wenn ich diese Dinge sehe, dann bin ich... Ist das Deutschland aus einem Universum alternativen? Oder ist das wirklich das Deutschland? Spannende, nur ein bisschen Spannende, sie sind 9. Okay, vielleicht ein wenig Minimum Wage. Ja, Minimum Wage. Sie sind sehr niedlich. Das ist das was ich. Und das ist das Wichtigste. Und was... Was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Sie sind sehr süßig. Sie sind sehr süßig. Sie sind sehr süßig. Also, wir machen es die Licht. Oh, mein Gott. Deutschland. Anyways, mit dem Schraubchen. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Ich werde mich auf die nächste Mal sehen. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie finden. Oder Sie können mich auf Instagram oder auf Twitter. Alles ist schädische007. Schrauben mich auf jeden Fall. Dann können Sie mich auf die Kommentare. Ich werde mich auf die nächste Video sehen. Liebe und Peace out.